Leute, ich muss euch was gestehen. Ich habe Windows 11 bereits genutzt und deswegen werde ich euch jetzt alle wichtigen Neuerungen zeigen. Also, let's go! Warte mal, was war das eigentlich gerade für ein Sound? War das etwa der neue Windows 11 Startup Sound, der beim Start eines Computers ertönt? Hören wir uns den nochmal kurz an. Ja, tatsächlich, zum aktuellen Entwicklungsstand plant Microsoft die Rückkehr des Startup Sounds. Sie haben ihn ursprünglich entfernt, da mobile Geräte wie Notebooks oder Tablets immer wichtiger wurden und es wäre einfach unvorteilhaft, wenn beispielsweise bei einem Meeting oder im Klassenzimmer andauernd dieser Start Sound ertönt, wie zum Beispiel bei Windows XP, auch wenn er mal ein bisschen Charme ausgemacht hat. Deswegen hat man ihn mit Windows 8 einfach komplett entfernt. Und anscheinend möchte man ihn zurückholen. Mal schauen, ob sie sich vielleicht umentscheiden. Kann auch sein, dass sie das Ganze ein bisschen anders implementieren. Aber nach dem aktuellen Stand ist es drinne. Was einem ebenfalls beim Hochfahren auffällt, das ist das neue Windows Logo. Na gut, im Endeffekt ist es eigentlich nur das Microsoft Logo, nur dass man die vier Farben mit dem typischen Windows Blau ersetzt hat. Das bedeutet natürlich, dass jetzt all unsere Tastaturen veraltet sind, weil dort auf der Windows Taste noch das alte Windows Logo drauf gedruckt wurde. Ist ärgerlich. Dafür haben wir jetzt ein einheitliches Logo bei Microsoft Produkten. Denn wenn man auf die Surface Geräte schaut, dann haben wir hier auf der Rückseite ebenfalls das Microsoft Logo nur in einer anderen Farbe abgebildet, welches das Produkt repräsentiert. Und nachdem man dann Windows 11 mit dem neuen, coolen Logo hochgefahren hat, dann erscheint die Einrichtung und die wurde wirklich komplett überarbeitet. Zumindest optisch. Statt auf dem klassischen Blau setzt Microsoft jetzt auf Weiß. Zudem sieht alles deutlich bunter, einladender und verspielter aus, dank den Icons links. Die Schritte an sich sind allerdings immer noch die gleichen. Also man muss immer noch zehn Seiten mit Nein bestätigen, dass man all die Funktionen deaktivieren will. Und ich kann mir gut vorstellen, dass nach und nach auch ein paar Werbeseiten dazukommen. Zum Beispiel, wenn Microsoft einen die Office 365 Testversion andrehen möchte. Dennoch bin ich sehr angetan von dieser Änderung, denn es sieht einfach super schön aus. Es ist super toll animiert und es ist einfach eine einladende Einrichtung. Ob Cortana noch dabei ist, kann ich euch jetzt nicht sagen. Zumindest für Windows 10 Home, bei Pro ist ja schon länger weg. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass sie jetzt für beide Editionen komplett draußen ist. So, machen wir jetzt weiter mit einer der wichtigsten Neuerungen in ganz Windows 11 und immer eine Kontroverse. Wegen dieser Änderung hat es sich gelohnt, von 10 auf 11 zu springen, weil es wieder ultra viele Diskussionen, ultra viel Kritik, ultra viel Lob geben wird. Und zwar hat man das Startmenü überarbeitet. Und das sieht jetzt so aus. Ich gehe mal ein paar Schritte nach links, dann haben wir hier mehr Platz für Einblendungen. Es ist im Endeffekt das Startmenü, welches bereits aus Windows 10 X bekannt ist. Einem anderen System von Microsoft, welches leider eingestellt worden ist. Allerdings ist es nochmal eine fortschrittlichere Version. Wir sehen direkt, die Live-Kacheln sind komplett weggefallen. Allerdings, anders als bei 10 X, hat man jetzt nicht nur so eine stumpfe, zufällig sortierte App-Liste, sondern in der oberen Hälfte des Startmenüs kann man, ähnlich wie auf der Android- oder iOS-Startseite und daher auch ein bisschen die Ähnlichkeit zu den Live-Kacheln, selber Apps anpinnen und diese auch hin und her verschieben, wie man mag. Also zumindest etwas Anpassbarkeit ist geblieben. Wer allerdings Live-Kacheln gerne nutzt, um das Wetter zu verfolgen, seine To-Do-Liste anzuzeigen oder die nächsten Kalender-Termine im Blick zu haben, dem muss sich leider enttäuschen, dass das einfach nicht mehr möglich ist. Dafür hat man unten so eine empfohlene Liste hingetan. Das ist so eine Mischung aus Timeline, also die Zeitleiste, sowie neue Sachen, also neue Apps, die man installiert, werden dort hervorgehoben. Ich kann mir gut vorstellen, dass in Zukunft auch Funktionen hervorgehoben werden oder Apps, die man häufig nutzt. Und zusätzlich werden dann auch zuletzt genutzte Dateien auch vorgeschlagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch mit dem Microsoft-Account synchronisiert wird. Das heißt, wenn wir beispielsweise in Word ein Dokument öffnen, dann wird es da auch im Start-Monie unten erscheinen. Dann können wir sofort weiterarbeiten. Oben rechts gibt es den Button Alle Apps und damit erreichen wir die App-Liste, die auch hier, anders als Windows 10X, immer noch die gute alte alphabetische Sortierung folgt. Und das freut mich extrem, weil ich finde, das ist einfach die beste Art und Weise, wie man eine App-Liste darstellt. Man kann einfach auf die Buchstaben weiterhin klicken und direkt dazu springen. Das ist super. Beim 10X war das ja, wie gesagt, ein komplettes Wirrwarr. Da hat man sich gar nicht zurechtgefunden. Hat was vom alten Android. Keine Sorge, das bleibt. Außerdem, wie gerade schon gezeigt, also gehen wir mal wieder zur Seite vorher im Start-Menü. Unten rechts haben wir jetzt die ganzen Shortcuts, die man auch personalisieren kann, zum Explorer, für die Einstellung und Ein- und Aus. Außerdem, ihr könnt es schon erahnen, man sieht hier schon das neue Windows-Design, wenn ich jetzt auch die Task-Leiste mit einblende. Ich habe euch ja im letzten Video gezeigt. Ich werde mich übrigens nicht wiederholen, die Sachen, die ich im letzten Video gezeigt habe. Deswegen empfehle ich euch, mal hier oben links da drauf zu klicken, um das Video nachträglich anzuschauen. Da erfahrt ihr noch über ein paar kleine Neuerungen, zumindest für Power-User, die es geben wird. Ja, das Start-Menü fliegt jetzt sozusagen in der Luft und ist nicht mehr ein Teil des Start-Menüs, sondern es ist alles eher abgetrennt. Und zudem sind alle Ecken jetzt abgerundet. Das gilt natürlich nicht nur für das Start-Menü, sondern jetzt haben wir auch endlich ein Bild von einer abgerundeten App in Windows 11, was echt ist. Hier haben wir den Explorer mit runden Ecken. Wow, schon cool. Der Explorer hat leider noch keine großartigen Neuerungen erfahren. Und hier einmal der Rechner. Also ich finde, der Rechner, der sieht richtig cool aus mit den runden Ecken. Das passt voll zu dir. Aber gut, lassen wir mal die runden Fensterrahmen jetzt weg. Ich habe ja gerade das Start-Menü mit der Task-Leiste gezeigt und da fällt einem sofort auf, da ist was anders. Da ist sogar viel anders. Und ich weiß, was ihr jetzt alle beachtet und was ihr denkt. Mann, die Task-Leiste ist ein bisschen breiter geworden. Ja, so ein kleiner Mauszeiger, Zeigefinger, ne, dieser Mauszeiger. Ist ein bisschen breiter geworden. Achso, ne, ihr meint ja, dass die Apps jetzt mitten auf der Task-Leiste zentriert sind. Genau, das ist jetzt eine integrierte Funktion von Windows 11. Ja, das ist natürlich Geschmackssache und Gewöhnungssache, aber man kann nicht abstreiten, wenn man so einen richtig breiten Bildschirm hat, die ja immer populärer werden. Und ganz viele Leute bei Microsoft nutzen auch diese Ultra-Wide-Monitore. Dann ist es natürlich von Vorteil, wenn die Task-Leiste zentriert ist, weil sonst müsste man einen endlos langen Mausweg immer zur Seite machen und das ist halt einfach nicht komfortabel. Keine Sorge, man kann das Ganze auch umstellen. Einmal in die Task-Leisteneinstellungen geschaut und schon sieht das Ganze ganz familiär aus. Zudem haben wir jetzt neue bzw. andere Icons. Ich kann ja schon mal erwähnen, hey, Cortana ist komplett rausgeflogen aus der Task-Leiste. Das heißt, sie ist nur noch eine vorinstallierte App. Trotzdem haben wir weiterhin die Suche als Button, nicht mehr als Suchbox. Also man hat in der Hinsicht auf jeden Fall auch mal aufgeräumt, aber wenn wir auf die Suche draufklicken, dann öffnet sich immer noch die gute alte Suche mit allen Vor- und Nachteilen, die dazugehören. Also Web-basiert, viele Web-Vorschläge, manchmal falsche Treffer, aber trotzdem ganz cool vom Konzept her. Ja, daneben haben wir auf jeden Fall noch den Task-View-Button, der ist immer noch da. Das Ganze hat man auch stärker verändert, denn man hat die Timeline einfach komplett dort rausgeworfen. Das wäre ja so, wenn ihr das Menü aufruft und nach unten scrollt, dann seht ihr, welche Dateien ihr zuletzt geöffnet habt und oben konntet ihr dann die Desktops erstellen. So, jetzt ist es wieder zum Stand von der ersten Windows 10 Version zurückgesetzt worden. Das heißt, wir haben wieder keine Timeline. In der Mitte sind alle geöffneten Fenster, die man dann direkt verwalten kann, beziehungsweise eine gute Übersicht hat und unten kann man dann die einzelnen Desktops erstellen, die jetzt übrigens jeweils auch ein eigenes Hintergrundbild umfassen können. Und wir haben tatsächlich noch einen dritten Button, der völlig unbekannt ist und er trägt den Namen Widgets. Aber nicht zu früh, Freund, denn wenn wir das Ganze einmal öffnen, dann sehen wir einfach nur News and Interest von der Task-Leiste. Also das, was sich öffnete, als wir unten rechts auf das Wetter geklickt haben, was ja jetzt neu ist, das ist jetzt das Widget-Menü. Das heißt, alles ist immer noch webbasiert, sehr kastriert, man kann nichts umherschieben, man kann kaum was anpassen und man wird zugemüllt von Promi-Klatsch. Keine coole Funktion, die werde ich auch nicht nutzen, ich verstehe auch den Sinn dahinter nicht. Aber immerhin ist es eleganter gelöst und man muss bei den neuen Task-Leisten-Icons nur einen Rechtsklick machen, dann steht da direkt von der Task-Leiste lösen, zack, fertig ist die Kiste, muss man nicht mehr beachten. Insgesamt bekomme ich das Gefühl, nicht los, beziehungsweise bin mir auch sehr sicher, dass die Task-Leiste neu geschrieben wurde. Das hat erstmal Nachteile, wenn man es einem Windows-Nutzer erzählt. Das bedeutet nämlich, sie ist abgespeckt im Vergleich zu vorher. Es gibt keine Symbolleisten mehr. Außerdem ist das Kontextmenü der Task-Leiste auf einen Eintrag reduziert worden und da sind die Task-Leiste-Einstellungen. Gut, die umfassen alles, was man braucht, was vorteilhaft ist, dann ist es nicht so fragmentiert, nimmt aber einen trotzdem so ein bisschen Komfort weg. Vor allem blöd wird es, wenn man die Task-Leiste gerne am linken, rechten oder oberen Bildschirmrand nutzt, weil das geht momentan noch nicht. Ich denke aber, die Funktion wird zumindest noch kommen, weil es ist schon eine essentielle Sache, wenn man ehrlich ist. Was ebenfalls essentiell ist, meiner Meinung nach, ist die Einbindung von Apps auf der Task-Leiste. Da gibt es ja ein paar coole Sachen, wie den NetSpeed-Monitor, der immer in der Task-Leiste zeigt, wie viel Netzwerk wir gerade nutzen oder Lenovo-Nutzer kennen es ja, die zusätzliche Batterieanzeige auf ihrem Notebook. Beziehungsweise davon gibt es auch unabhängig von Lenovo ein paar Apps, die das einbauen, aber von Lenovo her ist es einfach am bekanntesten. Das wird sich nicht mehr integrieren können, zumindest nach dem aktuellen Stand. Denn neue Task-Leiste, die neu programmiert worden ist, heißt natürlich andere Schnittstellen. Entweder man muss die Apps darauf optimieren, dass sie auf der Task-Leiste auch weiterhin angezeigt werden können, oder im schlimmsten Fall ist es gar nicht mehr möglich. Und das war es dann mit einer anpassbaren Task-Leiste. Insgesamt ist der Rest allerdings in der Version, die ich getestet habe, sehr langweilig. Es gibt noch kein neues Action-Center. Deswegen glaube ich, dass wir beim Windows-Event auf jeden Fall noch ein paar neue Sachen sehen werden. Apropos Windows-Event. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, am 24.06., also wenn ihr das Video schaut, in ungefähr einer Woche, werden wir hier auf Windows Area eine Live-Übertragung starten, um 17 Uhr. Darin verfolgen wir das offizielle Event von Microsoft, in dem über die Zukunft von Windows gesprochen wird. Entsprechend wird dort auch Windows 11 offiziell vorgestellt und hergezeigt. Wir werden das Ganze live mit euch zusammen verfolgen und kommentieren. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ich euch dann an dem Tag im Live-Chat sehen werde. So, im Großen und Ganzen war es das auch von den optischen Neuerungen. Es ist tatsächlich recht wenig, aber durch die Tatsache, dass es halt Komponenten sind, mit denen man täglich in Berührung kommt und die man sofort sieht und die für den Endverbraucher sehr wichtig ist, kann man von verstehen, dass Microsoft von 10 auf 11 kommt, weil wenn man das erste Mal 11 bootet, wird man sich fragen, hm, was ist das denn? Das ist ja alles ganz anders. Ich dachte, ich hätte Windows 10 installiert. Natürlich sind die Sachen, die ich euch im vorigen Video gezeigt habe, auch drinne, diese Features und die angekündigten Sachen werden bestimmt auch noch kommen, aber dennoch gibt es eine richtig, richtig coole Funktion in der Version. Danke für den Reihen. Nun ja, ich habe mir die Frage gestellt, ob ich das überhaupt zeigen soll oder auch später verschieben soll, aber komm, weil ich so nett bin und weil ihr so treue Zuschauer seid, zeige ich euch jetzt die richtig coole neue Funktion, die auch wieder für Power User gedacht ist. Und apropos Power User, kennt einer von euch die Power Toys Fancy Zones? Diese werden jetzt in Windows 11 integriert sein. Zwar nicht so anpassbar, wir können also keine eigenen Layouts erstellen, aber trotzdem können wir vordefinierte Layouts nutzen, darin unsere Fenster sortieren und das ist unglaublich gut, auch wieder für diese breiten Bildschirme. Ja, Microsoft nutzt sie die ganze Zeit, also kein Wunder, dass sie dafür so viele Features einbauen. Das Ganze zeige ich euch jetzt in einer Bildschirmaufnahme. Die neue Funktion erleichtert das Anordnen von Fenstern vor allem auf größeren Bildschirmen. Damit ich sie euch herzeigen kann, muss ich natürlich erstmal ein paar Apps öffnen. So, das neue Feature erreiche ich jetzt, indem ich mit dem Mauszeiger über den Maximieren-Button fahre. Schon ploppt das neue Tilting-Menü auf. Hier habe ich dann die Ansicht aller verfügbaren Desktop-Layouts und ich entscheide mich mal für das rechts oben, wo alle drei Fenster die gleiche Größe besitzen und nebeneinander angeordnet sind. So, jetzt klicke ich auf das Feld drauf, wo ich möchte, dass die aktuell sich im Vordergrund befindliche App landen soll. Also ich möchte jetzt, dass der File Explorer ganz links landet. Entsprechend klicke ich auf das Feld drauf. So, jetzt hat Windows automatisch den Dateiexplorer nach links gebracht und die Aero-Snap-Funktion schlägt mir für die weiteren Felder automatisch weitere Fenster vor, die bereits geöffnet sind. Gut, das Ganze ist noch eine sehr frühe, unfertige Version, entsprechen sie das sehr fehlerhaft aus. Aber dennoch funktioniert es vom Prinzip her. Also ich möchte jetzt Notepad in der Mitte haben, also klicke ich mal einfach auf das Fenster drauf und zack, packt Windows Notepad jetzt in die Mitte. Ich habe nur noch PowerShell offen, entsprechend kommt das jetzt an die rechte Stelle. Das Coole ist, auch wenn man eine App nicht offen hat, ist das Anordnen nun viel leichter. Gehen wir mal davon aus, dass ich PowerShell gerade gar nicht offen hatte und deswegen Windows mir die nicht vorschlagen konnte. So, und jetzt habe ich PowerShell geöffnet und das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist das Fenster rechts an den Rand zu schieben. Und schon erkennt Windows, okay, ich habe gerade meine Fenster so angeordnet und er passt sich mit dem Snap-Feature so an, dass ich einfach ganz entspannt das Fenster anheften kann und mir nicht weitere Sorgen machen kann. Und natürlich kann ich auch, wenn ich ein Fenster größer und kleiner ziehe, dann werden auch alle anderen gleichzeitig mit in der Größe verändert. Das Ganze ist also schon ziemlich gut implementiert. Die neuen Multitasking-Features sind einfach genial und ich freue mich schon extrem, wie sie nutzen zu dürfen. Und da sind nicht die einzigen Sachen in der Hinsicht, die hinzugefügt werden. Ich habe in der Build noch mehr entdeckt, beispielsweise optimiert Microsoft, die Art und Weise, wie Windows mehrere Monitore behandelt auch. Aber viel mehr möchte ich nicht darauf eingehen. Wir warten einfach mal ab, was Microsoft uns am 24. Juni zeigen wird. Und falls ihr um 17 Uhr keine Zeit habt und das Event nicht live verfolgen könnt, keine Sorge, ich werde dann darauf folgende Event-Zusammenfassung machen. Und dann reden wir nochmal ausführlich über Windows 11. Und im Laufe des nächsten Monats Juli werde ich dann ein ganz klassisches Hands-On-Video machen, wo ich euch Windows 11 in Bewegtbildern zeige, ähnlich wie damals die Update-Rundschauen. Also, falls ihr noch kein Abonnent seid und falls ihr immer auf dem aktuellen Stand über die Entwicklung von Windows 11 sein wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall ein Abo. So, das war es auch schon mit diesem Video und ich wünsche euch noch eine schöne Woche oder einen guten Start in die Rutsche. In die Woche, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Das lassen wir mal drin und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.